Dieses hier angebotene Objekt befindet sich im Kreis Stade. 1840 wurde das Objekt erbaut. Das Objekt verfügt über drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Gästetoilette und drei Außenparkplätze. Bei einer Wohnfläche von ca. 225 Quadratmetern beläuft sich der Preis auf 299.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.